Das war die letzte Limo heute. Der Kwampert macht gleich einen Kassensturz. Er hat ja so schon am Simi gesagt, dass es heute nicht mehr kommt. Bringst du mir einen Obstler? Im Ernst? Spatzl, du hast doch dein ganzes Leben noch nie einen Tropfen Alkohol drungen. Die Mama ist heute nicht zu Hause. Die ist beim Romyabend. Ich kann dir auch einen Wodka bringen. Den riecht man nicht so. Nee, bring mir einen Obstler. Kwampert, ein Obstler! Der steht noch hinter den Boxen von der Ramona im Geburtstag. Ich hab dir hundertmal gesagt, dass du während der Schicht nichts mehr weinst. Doch nicht für mich. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018